Lena Gerke genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und begeistert ihre Fans fast täglich mit neuen Schnappschüssen rund um ihren wachsenden Babybauch. Doch der ist bei ihrem neuesten Instagram-Foto ausnahmsweise mal nicht im Fokus, denn hier bekommen ihre Fans auch einen Blick auf ihre äußerst kurvige Oberweite. Sexy Aufnahmen der 31-Jährigen sind wir ja eigentlich gewöhnt, doch mit diesem Bild sorgt sie regelrecht für Schnappatmung. Obwohl Lena ein großes Hemd von ihrem Freund Dustin ausgeliehen hat, gewährt es uns trotzdem einen sehr tiefen Blick. Da staunen auch Lenas Fans nicht schlecht und können von ihrem Anblick gar nicht genug bekommen. Nicht nur am Bauch hast du größere Kurven, sofort Anzeige bei der Polizei oder wow, deine Brüste explodieren, ist in den Kommentaren zu lesen. Bekanntlich wird in einer Schwangerschaft nicht nur der Bauchgröße, auch die Oberweite wächst. Und da müssen wir neidlos zugeben, die neuen Kurven der schönen Models können sich wirklich sehen lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.